Ja, moin Kinderzahn hier. Ich hoffe euch geht's gut. Ich hoffe ihr seid wohl auf. Und, äh, ja, ich muss eine Sache nochmal eben ganz kurz loswerden, bevor das Video losgeht. Franzi hat nämlich gesagt, dass Kutscher gesagt hat, dass Fles gesagt hat, dass Stelzig ihm gesagt hat, dass mich die Leute daran erinnern sollen, dass sie abonnieren und kommentieren sollen, wenn sie ansonsten vergessen. Ja, dann mach ich hier mit. Das war's schon. Also abonniert und kommentiert die Scheiße. Ja, und dann habt ihr euren Soll erfüllt. Viel Spaß beim Video. Gott liebt euch, ich liebe euch auch. Scheiß. Oh mein Gott. Okay, wir werden losen. Wir werden losen. Fles und ich, wir sind das schlechteste im Postal-Duo. So, mal eben. So, like this. So. So. Okay, dann mal rein in die Euge. Da ist Lamenti, da ist mal Luna. Fles und ich haben original, boah, lass mich nicht lügen, schon irgendwie fünf Imposter-Runden gehabt. Und wir haben alle verloren. Alle. Deswegen. Also, ich glaube, das wird sich auch heute nicht ändern. Ist nur eine Vermutung. Kann mich auch irren. Also, wie die Leute, die die Gruppe hier nicht kennen. Die Gruppe hier ist ein bisschen mehr advanced. Muss ich ganz klar sagen. Ich glaube, die trauen mir genauso wenig, wie ich den. Ähm. Ja, scheiß auf. War das gut? Ich glaube, das war nicht gut, oder? Voll. Oh, Mann. Ja, okay. Oh, Philipp. Das tut ja weh. Zwei Leute von den Leuten, die eine Stunde gewartet haben. Ja, jetzt geht Bade ins Bett. Warte mal. Eigentlich könnte Bade jetzt ins Bett gehen, oder? Ja, hä? Moment. Wie kann das denn sein? Wann zieh? Du bist sogar doch hochgegangen. Ja. Oder nicht? Bist du dann nochmal zurückgekommen Richtung Specimen? Nein. Okay, also für die anderen, die ja nicht dabei waren. Und habt ihr welche gefunden? Ja, vielleicht mach du erstmal. Ich erzähl danach was. Ja. Also, ich war an Lifeline dran und hab gesehen, dass Bart gestorben ist. Und es waren zwei Leute in Weapons unten drin. Und als ich rein aufbreite, ist die Tür zugegangen. Das hab ich nicht gesehen. Scheiße. Und Panda ist gerade nach oben weggelaufen. Aber du bist aus Coms rausgekommen, oder nicht? Ich war nie in Coms drin, ey. Also, ich kann... Wo warst du denn davor? Wenn du ein Self-Report bist, ich war oben. Warte kurz. Ich hab ne Theorie. Ich war mit Bart in Coms drin. Als ich mit Bart in Coms war, kam mir Panda entgegen. Da war Bart noch am Leben. Da bin ich mit Panda nach O2 gelaufen, aber. Und Bart ist nach rechts hinweggelaufen. Dann hab ich bestimmt 20 Sekunden oder so mit Panda gechillt. Also 15 oder so. Ich dachte, du willst dich umbringen hundertmal in dem O2-Raum. Äh, nö, nö, nö. Ich bin nie in den Raum reingegangen. Ich denke, Panda... Ich denke, Panda... Ich weiß nicht. Er hat nicht so gespielt, als hätte er Bart umbringen. Wo liegt die Leiche jetzt nochmal? Sorry. Na, 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 na. Als ich... Also, Weapons war Bart und Chrissy noch. Ja. Ja. Aber der war schon... Bart war tot. Und dann bin ich an Chrissy vorbeigelaufen. Du bist nämlich gerade in Office rein. Ja, richtig. Also, ich hab die Kometen abgeschossen und raus. Bart war dann noch am Upload oder Download oder was war. Aber da... Wollen wir jetzt in Communications oder wo? Bist du dir ganz sicher? Ich meine, ja. Ich weiß, dass ich auf jeden Fall mit ihm reingelaufen bin. Und ich hatte noch Angst, mit ihm zu zweit reinzulaufen. Also, es müssen entweder Chrissy oder Panda gewesen sein. Weil als ich dann Lifeline war, war er rot und du bist mir über den Weg gelaufen. Und Panda ist gerade nach oben zum Sensor weg, als ich die Tür aufgemacht habe. Ich glaube, es ist... Okay, ich will ganz kurz so eine Sache sagen. Ich war gerade mit Phil in Specimen und Franzi war halt quasi... Ist wieder hochgelaufen, als der Reaktor reingegangen ist. Und Phil ist jetzt tot. Sprich, es müssen ich oder Franzi sein. Und das wollte ich mal ganz kurz in den Raum werfen, falls ich gleich tot bin. Philipp meint, ähm, gut schau. Also gut, ja. Deswegen, einfach, ne, gleich einfach im Auge bleiben, falls ich sterbe. Mikrofon muted. War das gut? Ich weiß es nicht. Ich hab mir ganz hell was im Auge. Mute. Oh. War das gut? Ich weiß, ehrlich gesagt, nicht. Ich glaube, ich kenne ja Fletsk, ne? Ich glaube, er tötet jetzt sogar Franzi. Dafür ich dem, dafür ich dem zutrauen. Dafür ich dem ohne Scheiß zutrauen. Wobei, ich hätte jetzt den Panda gar nicht töten sollen, oder? Wo kam denn mal Luna daher? Ich muss jetzt spammen. Ich muss jetzt spammen. Ich muss spammen. Scheiße. Scheiße. Ich kippe so hart. Äh, okay. Hallo. Oh mein Gott. Es ist Hahn safe call. Ich hab Hahn gerade mit Burrito gesehen haben. War vorher der Einzige, der mit Kutscher noch ins Besseren war. Es ist Hahn 100%. Das ist jetzt ein bisschen doof. Ich würde sagen, das ist ein bisschen doof, weil wir stehen hinter der Tür, Franzi. Und du warst gerade das, was? Also ich stecke gerade mit Hahn und maßert. Ja, also das ist jetzt ein bisschen. Hä, mit mir? Mit Hahn? Nee, ich stehe auf jeden Fall mit drei Leuten vor der Tür. Ja. Aber welcher Tür? Also bei mir sind gerade... Doch, wir stehen vor Autor, oder warst du das nicht? Du bist rot oder nicht? Doch, ja, aber ich hab den Hahn gar nicht gesehen. Doch, doch. Ich stehe direkt neben dir. Oh, ich bin ein bisschen müde. Kein Ding. Also ich stehe jetzt gerade mit zwei Leuten auf jeden Fall vor der Tür. Wer hat dann zu Letzt Burrito gesehen? Ich hab ihn mit Hahn an mir vorbeilaufen sehen. Hm. Aber du, Menti war jetzt nicht bei euch da, bei O2. Also, nee. Bei der Tür. Hier, der Reaktor ging an, wir wollten gerade zur O2 rein, dann ist die Tür zugegangen und dann bin ich nach rechts oben gelaufen und dann kam der Report. Und da waren die beide links unten neben mir. Und wer hat zu Letzt Panda gesehen? Der Panda ist ja auch tot. Keine Ahnung. Hm. Der Body von Burrito lag auf jeden Fall vor Lifeline. Wir haben aber noch niemanden rausgebaut, es sind schon fünf Leute tot, ne? Also es ist sehr... Ja, ist auf jeden Fall ein Flip jetzt. Ja, müssen wir auch. Aber ich würd, ich würd, ja, ich würd, ja, ich natürlich, Franzi, weil ich hab das auch im Übrigen gerade ganz am Ende auch angebracht. Wieso sollte ich das machen, wenn ich im Poster wäre? Das ist Quatsch. Und wie gesagt, ich war gerade mit Flesse und mit Maluna unterwegs. Also die einzige Möglichkeit, die für mich besteht, ist, dass entweder jemand hinter Spaceman war und Philipp dann getötet hat. Aber das kann eigentlich nicht sein, weil ihr beide zusammen in Spaceman rein sind und ich bin nicht mal mit euch dann da reingegangen. So, ich bin direkt wieder zurückgelaufen nach einem Laboratory. Das hab ich ja nicht gesehen, weil ich bin links halt hin. Philipp hat da die Aufgaben gemacht, zu stur, wer er ist. Und ich bin dann halt von Admin hochgelaufen. Ich bin ja nicht mal runtergekommen in Spaceman. Ja, das weiß ich ja nicht. Muss Panda schon ein ordentliches Zeitchen tot sein, weil ich stand die ganze Zeit hinter Haaren und Wasser und hab gewartet, bis sie die Tür aufmachen. Ich hab vor einiger Zeit schon gesehen, dass der Body tot ist, aber hab ihn nicht gefunden und bin dann wieder zurück zu Lifeline und dann lag Burrito davor. Also Panda war auf jeden Fall die ersten Kilo schon eine Weile tot. War irgendwer am Admin-Panel, der bestehen kann, dass Junge bei Elektrik gewonnen hat. Ich wollte Franzi. Nein, wir müssen Haaren voten. Hey, warum müssen wir? Ich hab das doch gerade unten rechts gesagt. Oh, Leute. Ne, was meint? Erste Runde mit Flesk gewonnen. Pock! Ich glaub, Flesk und Haaren. Das war eine schöne YouTube-Fan. Ja, Mann, war das schlecht. Ey, Flesk. Speedrun einfach. Erste Mal, wo wir zusammen gewonnen haben.